Catch Meister, der verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video zockt mir mal wieder Call of Duty Black Ops. Boah, der sieht gut aus. Boah, oh mein Gott, der schaut mich richtig an. Schaut so... Was esse ich heute zum Mittagessen? Ich geh mal so außen rum. Hier ist immer jemand im Headglitch, das weißt ich auf jeden Fall. Genau, das meinte ich, Timmy. Genau, das meinte ich. Aber du hast dich zugehört, Timmy. Was kann ich dafür? Es war der gleiche nochmal gerade. Entspannte Sache. Der hat keine Ahnung, wie man aufs Radar schaut. Okay. Oh, Nase, juckt Nase, juckt Nase, juckt. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder sowas? Fuck, fuck. Schlechte Position von mir. Schlechte Position. Oh mein, da ist einer. Ja. Okay, links kommt einer jetzt hier. Oh mein Gott, nice. Da ist einer. Ah, beim Fenster da. Nein, 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 von wo, von wo? Nein, hätte ich... Ah, ich hätte den bekommen. Der war nicht gut. Hinter uns, hinter uns. Gott sei Dank hat er ja keinen Aim. Gott sei Dank hat er ja keinen Aim. Zwei kommen hier hin, zwei kommen hier hin. Och, wieso musst du mit dem Rune durchpushen? Wieso kann man da wall... Oh mein Gott, ich fick mein Leben, ich fick mein Leben, ich fick mein... Treyarch, wer hat sich diese Idee mit diesen Stolperfallen ausgedacht? Stimmen doch einfach hier. Ich höre diese Elektromine da. Weli, die kommt zu mir. Wow, Teamit, du hast mich schon... Oh, Big. Hinter uns, Team, hinter uns. Da. Alter. Nein, 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 diesmal nicht, diesmal... Diesmal nicht, Bro, diesmal nicht. Fuck, ich weiß nicht, ob er im Haus ist oder nicht. Ja. Oh Gott, sind die bad. Ich hatte recht, die sind richtig bad. Okay, clean wir kurz das hier. Kostenlose 50 Punkte nehme ich gerne mit. Oh, da ist noch eine. 200 Leben, das ist nett. Drohne raus. Nein, hinter uns. Ah, schade. Wir haben Anilet already. Teamit, du hast mich erschrocken. Boah, das wird so big. Komm, Team. Gib mir ein paar Guild. Oh, die spawnen da, lecker. Uno. Dos. Dres. Komm. Ich will Quattro sagen, bitte. Komm schon, komm schon. Hallo? Hallo? Motherfucker. Der waren einfach mal gerade 100 Stück. Kann das sein? Kommt das hin? Da. Die kommen von da. Nein. Oh mein Gott. Ungelogen. Ein Leben hat der. Ein Leben. Okay, jetzt pushen die. Was war das für ein Geräusch? Okay. Das war easy. Die sind so bad. 2,25. Ja, 4,4 KD. Ja, ganz, ganz nett. Und die Kirke noch mit Andy Hatter. Schauen wir es mal zusammen an. Eins. Bäm. Da waren sogar noch 5 andere. Krass. Krass, krass. Da. Ich hab mich da so erschrocken. Wie viel waren da? Eins, zwei, drei. Da war ja ganz spawn. Oh, nice, Mann. Nice. Und noch Level 45 gewonnen. Nice. Und ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommentiert fleißig. Und ja, ich würde mal sagen, ciao.